das ist ein scheiß heiler aber ich hoffe halt auch so ein bisschen dass ich durch das der heiler vielleicht ein bisschen eindämmen kann dass die dadurch das feuer auch sterben aber ich glaube deine taktik geht nicht so auf naja scheiße hat immer diese nervenden leute dann fall hier mal rein da fragt mein leben mein leben mein leben mein leben mein leben mein leben ich brauche ich brauche einen trank oder ja gut okay jetzt bin ich gerade laut aus dem trank reingelaufen wollte ich doch nicht mal was wir auch noch machen müssen dass die bogenschütze mal wiederbeleben so jetzt leben sie wieder logischerweise haben sie ja wiederbelebt so äh komm den schweren dem auch noch eben mit und so ja 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 bei den grenadieren da fallen immer ein paar ähm weil die einfach immer granaten hochwerfen und ziehen einfach extrem viel boah dieser scheiß heiler nesser fuck jetzt bin ich tot oh verdammt das hätte ich nicht sein müssen dass ich sterbe äh ne stirbt verdient man nämlich drei punkte ne weißt du jetzt wunderbar ob ich mich grad so ein bisschen aufrege maaa so so und was ich noch machen werde eben ist das hier eins nach oben hängen damit hier so die schweren orks reinkommen und ich weiß nicht ob ich hier vielleicht das nach eins nach unten hängen soll weil es dann halt auch durch jeden scheiß ausgelöst wird oder kann ich das eins nach hinten setzen ne aber ich setze es einmal mal trotzdem nach unten ja ähm und dann mache ich hier unten weiter weil ich möchte echt dass es hier fertig wird so aber dann erstmal das wichtige hier so und weiter geht's mach ich auch auf pioniere ja oder so guck mal damit hat man mich zum Beispiel die Welle schon mal extremst geschwächt ja ja wow alter was geht bei euch ab alter ob da alle sind gestunt ich halte mich immer zurück ne aah alter 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 krass ey guck mal ich kann ja bei der Zeit ein bisschen Geld einsammeln ok zumindest so da war der Plan so ähm hier und den hier noch ich bin der Heiler ich muss hier rumheilen ja genau so alter wie viele Münzen hier sind ey sammeln wir gleich alle mal ein weil das gute ist halt diese Füchse äh geben halt einfach extrem viel Geld das ist halt echt ein guter Vorteil öhöö äh so ok jetzt haben wir alles jetzt haben wir echt alles voll hier mit an Boden was geht krass alles oder ich möchte was verloren haben oh ja alter guck dir das mal an wie wir nicht leben die da reinkommen genau so habe ich mir das auch vorgestellt so noch mehr Pioniere dich abknallen kann nö ach guck mal der gut die haben sich gerade mit sich selber zu beschäftigen so der ist bei uns bei mir ein bisschen rumschießen und hier ein bisschen unterstützen so der hallo das herzlichen gesellschaft bekommen durch eine keule ok da sind die Lava das ist ganz gut das ist gut das sind echt das wie Pilze die Leute echt so verwandelt dass sie hier so gut beschäftigt werden das ist richtig Geiser hier müsste der Geldsack man der ist aber auch bald tot so perfekt so hier ist noch etwas was immer wieder nach unten geschleudert wird ok guck mal der ist in der Luft voll geil hä so und zu jetzt mache ich aber hier mal am Rand noch es reicht es ja nicht ne so also komm mal komm mal zu mir yay oh okay boah richtig geil der Uga hier der erledigt schön ein paar ach jetzt geht immer alle weg hier ey ist aber nicht mein oder da doch okay das ist derselbe ich dachte zu ein anderer das Geile ist halt auch dass die echt äh nie irgendwie natürlich ähm was ich sagen mal natürlich äh sterben können weil die einfach kein Leben verlieren irgendwie oder irgendwie nach einer Zeit unterwegs sind oder so die sind einfach so lange da bis sie umgebracht werden ist einfach das Geile daran so da ist verbrannt ah jetzt kann man warte mal noch ein bisschen draufballern hier wow auch mal Münze das ist so was wir machen bei dem diesen Sporn wobei der wurde gerade benutzt ne aber ich glaube das lohnt sich nicht weil der dann sowieso mit voll wenig Leben ankommt weil der nämlich dann hier wieder gleich runtergestoßen wird aber was ich mal eben mache hier ist das da so vielleicht noch mal ein machen hier so ein Bogen so weil ich möchte einfach den Bereich hier unten richtig gut haben ist egal was ihr sagt ob das jetzt vielleicht ein bisschen zu übertrieben ist ist mir egal dann bin ich eben ein wenig zu übertrieben aber ist halt so ein bisschen mein Ziel und bam oh verdammt kugel und kette ah jetzt geh mal weg hier ey man das nervt schon die ganze Zeit und wieder zurück wieder in das Feuer reingebämmt nein da ist es sogar kommt nicht zu mir nein oh gut okay jetzt ist so ein kleiner ey komm komm mal her kugel und kette oder ohne einer von euch eben ist mir doch egal haha wie geil wir haben kugel und kette hoffentlich gibt ihr auch gut kette so warte mal den heiler hier äh tschüss nein ich bin so dämlich ne alter das kann doch nicht wahr sein egal ach das ist doch heiß ungeil hier ne bei der 22 sind wir schon geworden aber krass ey bis jetzt zumindest so genau der wiederbeleber kann man schön weggehen hier dass ich nur noch hier den hab so alter ey voll heavy guck mal das hier können wir noch hier den machen das ist schon ziemlich cool eigentlich ne und vor allem kann man hier oben ja noch alles voll machen mit diesen Brutzlern das machen von der Decke her machen ja noch mehr Schaden ne das müsst ihr ja auch noch bedenken wie krass das denn eigentlich auch ist ne also ich übertreibe vielleicht leicht könnt ihr ruhig sagen ne sauber okay ach komm kann doch sowieso nix aber vielleicht soll ich ihn mal ein bisschen befreien weil die die sind halt ein bisschen anfälliger wenn du die hast ne die sind halt äh haben halt nicht mehr so arg viel Leben oh ich höre pioniere ach komm mal hier geht schon schön ab und die werden abgeschlossen werden die sich hier prügeln ja können sie ruhig machen ach so ist ja nur noch die okay gut dann komm dann helfe ich mal ein bisschen mit ach so die wollen alle zu den Bogenschützen wie nämlich ist das denn mein Gott ey ah ich spring mal lieber nicht hier drüber Alter wie viel Geld hier unten liegt aber ich kann es nicht holen ne warte mal ich möchte mal eben hier äh möchte mal eben hier ran schmuggeln schmuggeln fallen und das so ah da ah verdammt ja es hätte ich besser halt nutzen können naja gut so da ist alleine guck mal jetzt haben wir mal auf dem Weg ganz Geld ein so mal weg da mit dem hier äh wieso packt er sich denn nur drumrum nein boah alter holy fuck holy fuck holy fuck Alter ich hab echt nicht mehr viel Leben ne ich muss hier mal eben ganz schnell so komm mal wie dem scheiß Heiler da hinten ey wegen dem kriegst du nämlich hier zum Beispiel nicht tot so mein Gott ey das kann ja noch lange was werden wenn hier so ein scheiß Heiler in der Runde ist da kommt mal alle her ach so ja gut warte mal so so ah das finde ich so geil dass das irgendwie die kommen hier nie voran so letzte Pause jetzt danach gibt es nix mehr an Pause hat sie es ausgepaust ähm ich überlege gerade ob ich hier so Dinge machen soll dass sie weggeschleudert wobei ne die sammelt sich doch wobei hier ah ne komm ich lass es mal jetzt muss ich mal gucken reicht es aber bei ich glaube ich muss mal gucken ja du reich reicht eigentlich dann machen wir einmal mal so und dann vielleicht noch so eine Falle irgendwo hin ist ja nicht so dass wir hier schon genug haben ähm die Frage warte mal wir machen das mal hin glaube ich hin oder ne wir machen es mal hier oder scheiße aber hier muss leider noch was hin ne dann machen wir es mal hier so jetzt kriegen sie von jeder Seite einen Schlag boah alter krass ja und gleich wieder zurück ach haha wie geil alter man kann hier über die Rand da muss ich echt aufpassen ey oh kein Schädel meiner nein äh alter da ist sogar ne oh warte da war gerade irgendwo da war gerade ja genau der da so beide wiederbeleber sind tot das ist sehr gut so da ist auch meiner komm nein äh so auch noch Geld Alter hat voll wenig Leben so ihr lasst ihn in Ruhe jetzt muss ich hier leider anfällig werden guck mal so und der lieber Herr Geldsack ne schön ist lieber wieder zu sehen ach so sauber richtig gut sollten aber echt mal gucken dass wir hier mal langsam ein bisschen was reinbekommen oder warte ne wir machen erstmal das hier nein scheiße jetzt hab ich Mist gebaut äh oh verdammt ey ich hab generell gerade ein bisschen Scheiß gebaut ne ach verdammt mach ich dann oh geht mal alle weg ihr Scheißtypen ich bin troll ich bin kacke alter aha ein Fertium ist auf dass die eigentlich gar nicht mal ein bisschen nach oben kommen ne außer jetzt natürlich hier die Leute die ja natürlich durchwaschen ach man seit er ist in Lava also das ist aber keine Chance wenn du den Scheiß Heiler nicht bekommst so tschüss äh das Problem ist ja die müssen ja erstmal getrennt werden sonst heilen die sich ja selber noch immer wieder hoch und das ist so scheiß schwer vor allem wenn du dann später noch mit Kugel und Kette hast äh dann kannst du dich einmal nicht um die Heiler kümmern im Prinzip aber du musst es einfach so so der ist tot was 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 alter der Scheiß Heiler hier ne wieso es hat erstmal eine richtige Möglichkeit den zu killen weil der ja sonst nicht mal halt boah alter so hat er halt mein Leben ne so ein halt ich brauche hier unten mal wie langsam was ne so oh guck mal hier noch Geld boah alter tja hier ist auch Feuer du lieber lieber Uga boah alter wie krass geil das einfach ist ja toll boah alter da kommt so ein fetter ey warte mal da soll ja auch mal boah geht nochmal alle weg hier ey ah der Wiederbeleber so ja 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 Wiederbeleber muss man sofort eliminieren sonst haben wir eigentlich ein Problem oh das wäre das gerade von Geräusch das war noch ein Piany Geräusch oder okay daneben nicht ja